das haben aber echt noch mal eben soeben überlebt das heißt noch lange nicht dass es gleich vorbei ist über zu machen heftig was haben wir hier rangstieg 21 fc der rechner der rechner der die das was solltest du eigentlich ich denke mir immer wenn das so leuchtet dann ist was aber nicht so bedeuten ok ok jetzt geht es hier runter lieber einsammeln können was jetzt soll ich jetzt etwa wieder vorgehen ihr seid doch windeier ja das heißt ja nichts gutes bringen sie den vogel in die luft ich brauche einen moment für die flugvorbereitung jemand muss die kreppstoffzufuhr trennen nein kaputt waren das war Ey, ich springe an euch vorbei, ne? Und dass man immer wieder nachladen kann. Es ist geil. Das ist echt mal ein geiles Feature. Äh, weg. Okay, die Waffe, da. Das ist echt ein geiles Feature hier. So, mal wechseln, wechseln, wechseln. Ach, Quatsch, ich will auch keine Waffe machen. Geh mal aus dem Menü raus. Okay, soll. Dann wechsel mal wieder zurück. Auf die, äh... Hey, Elm. Sackgasse da oben. Die bleiben da unten einfach stehen. Okay, äh, hier wollte ich gar nicht rein. Das Tor ist zu. Der Wemse ist kaputt. Auch nix. Jo. Ich stehe jetzt da hinten rum, was soll ich denn jetzt machen? Kann mir das mal einer sagen, ey? Ja, renn doch. Hä? Ja. Hä? alles klar alter wollte mich verarschen ihr psalm mit drei affen hängen sie da und ich muss alles alleine machen es gibt es nicht alles aus der jungen hobert machen wir mal direkt sofort als erstes hier la 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 alter alter la 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 ich aus hätte ich die ganze zeit langweil und daneben habe weil und deine schulen geh doch mal das gibt's doch nicht Alter, ist das ein Schwachsinn, ey was wird die Munition? Keine Wirkung Jesus, ich gehe gleich also ihr merkt, ich schlieb gerade im Rage-Modus hier das geht gar nicht, ey so ein Quatsch ey, du hast die Lady gehört ja, ja, ich renne schon pass auf, ich laufe dir mal immer weg, weil du nervst mich nämlich wunderbar muss ich auch noch da rumlaufen Alter, komm mir nicht von hinten, du blöde Schwein ja blöde Ratte Treibstoffleitung machen wir auch die mal runter jetzt hier da komm, schweiß weg, der Lümmel das geht wahrscheinlich direkt ja, ja ach du, dein Alter, was soll ich denn hier hinten was, 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 was was, hallo nicht von hinten hinzus, von kinda von hinten warum deckt mir keiner den verdammten Arsch, ey Wir sind so viele Leute und das Ja, das ist doch die Normale Ja, 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 verraten und verkauft Ja, ich bin schon dran Schmeiß weg, jawohl Na komm, dreh die um, man Das muss mal ein bisschen schneller gehen Weg Na komm, mach mal Hinter mir, ich weiß kein... So, dritte Treibstoffleitung Ich weiß nicht, ob da noch eine Treibstoffleitung ist Dreh dich um, dreh dich um Ah, du Lauch, Alter Schau doch mal von dir nach Stab AHHHHHH wow 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 i can't i nachladen schießt noch krank ab oh Ohhhh! Ich bin ja... Ich bin doch nicht! Alter! Ich bin Smalltalk besser. Wir haben LV-426 verlassen und ich habe den Notruf gesandt, auf den sie reagiert haben. Dann habe ich in der Kryo-Kapsel auf Rettung gewartet. Auf den Tod oder auf irgendwas. Bei Fury wurde Alarm ausgelöst und sie haben mich als Ranghöchsten und einzigen Marine aus der Kryo geholt. Michael Whalens Truppen kamen unerlaubt an Bord. Also, welchen Körper war in Ihrer Kryo-Kapsel? Lange Geschichte. Mir ist nur noch eins wichtig. Diese Typen vernichten. Mehr will ich nicht, Jungs. Na dann los. Nach Ihnen, Sir. Wir alle sind Colonial Marines. Jeden Tag, wenn ich auffache, danke ich Gott, dass ich im Chor bin. Und das lasse ich mir ganz sicher nicht von Weyland-Yutani nehmen. Wir haben vielleicht kein ULG-Schiff, um uns alle hier wegzubringen. Aber die. So, wann kommt jetzt das letzte Schiff? Heute Abend. Sie hauen ab für immer. Ohne dieses Schiff kommen wir hier nicht weg. Eine andere Chance haben wir nicht. Wir haben 63 United States Colonial Marines und wir werden die Einrichtung erobern. Und dann das Schiff. Und wir werden alles tun, um diese Firma und Michael Whalen zu stürzen für den ganzen Scheiß, den sie uns angetan haben. Hurra, O'Neill. Hurra. Hurra, Captain. Für unsere gefallenen Marines, Leute. Ja. Ja. Oh Mann, ey. Boah. Er wird einem. Er hat schon Wattgebot. Legende Waffe gefunden. Was ist die Pistole? Ja. Was ist? Ja. Soldat. Neuer Rekordsoldat. Ja, genau. So, Mission. Boah, ich heftig, ey. Nicht ins Spiel, weil das ist einfach, äh. Hier ist Raider 6-5. Ich werde die Bodentruppen in der Einrichtung mit geografischen Infos versorgen. Augen auf. Geben Sie alle Boden- und Luftziele durch. Verstanden, Raider. Wir gehen schnell rein und schießen die Ziele schnellstmöglich ab. Verstanden, Winter. Weidmannsheil und lassen Sie mir welche übrig. 6-5 over. Hier ist Solarco Action. Alle Bodentruppen zum Einsatz vorbereiten. Es geht los. Über diejar thy면�州 vorentePI alguien über die 1 Leben über die mascara von 94 darüber. Geben trzyщie vor. Verkam das Haus an mit Schmär bis auf. Verkam der Scheine untert. Hupt.